In her 20 So, Granaten gezogen, Feuerruggelela Sie gibt mir mein Gesicht, Pat tot Und dann sehe ich da, wie ich meine Granaten sind Die Luft fliegt von vorne rauf Pfff Jaja Granaten und Snipers Das ist der Krebs von diesem Spiel Ich bin so ein Granaten-Heini Hahaha Hahaha Und die, die normal spielen, hassen beide Hahaha Die meinen dann, sie sind so Sie sind gar nicht Nein, die gangen nachher den Sniper Aber Die kommen zum 5. und Ray befindet nachher So einen Sniper, der nicht weiss auf welche schiessen Die schiessen meistens in die Mitte Weil sie sich nicht entscheiden können Rechts oder links? Oh mein Gott Nicht antäuscht, lauf, 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 lauf Nicht antäuscht, uuuuuh Hahaha Ja, ist mir auch schon passiert Gegner rechts, links Genau in die Mitte von beiden Kollegen Gefängte sich so Schrecken entscheiden Äh, äh Naja Aber wir wären jetzt hintereinander gestanden Hätte ich beide perfekt getötet Ich bevorzuge alle Direkte Involvierung Aber ich sorge immer Für Resultate So, meine Strategie anricht Ich bin jetzt Zweimal relativ rassig gestorben Ich bin jetzt Ah-ah Ah-ah So spielen wir nicht Fünf Vier Drei Zwei Eins Ampleifer näher Seht Dammit Fuck, 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 fuck Ich ziehe mich zurück Schaue wieder in die Richtung Wo der Gegner herkommt Und dann sehe ich hinten wie ein blaues Kreuz aufploppen Kollege gestorben Das heisst vor und hinten Wir Gegner Nein Ja 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 Noch Was ist es Weniger als im Monat Oder zwei Wochen E3 Ah, noch besser Was du dich sicher wirst freuen Noch eine Woche Oder doch zwei Einfach ein bisschen vor der E3 Wie Borderlands 3 Offiziell Für das es kommt schon Aber äh Eben Dammit, warum Das Jahr Wenn sie es an der E3 schön anken- Äh Vor der E3 ankennen Dann Vermutlich so September Idiot Ziele noch mehr auf die Wand Und frage dich Warum du verschilst Pats Verdammt Mein Zustand Hahaha Es ist so ein Camper-Duell Du siehst einfach den Team-Mate Und du weisst, der Gegner sitzt da hinten Und die einzige Frage ist Wer länger kann campen Aber jetzt ist noch eine dritte Person Von der Gegner dazukommen Und hat die Frage beendet Das wird euch regenerieren Sooo Und jetzt kommt der Moment. Ist wirklich T-Tuch? Der ist so billig. Jeder geht nicht auf. Das ist das Gemeine. Er hat die Bombe schon geblendet. Er kann sich noch immer hinzuziehen und muss es einfach hören, bis er eine Bombe entschärft. Ah nein, er hat ihn gefunden. Pats, geht mir tot. Ja, in diesem Spiel gehst du vor allem aufs Gehörlos. Also, sagen wir 50% der Spieler weiss es nicht und nennen dich einen Cheater, wenn du sie gehört hast. Eigentlich wie im Cundestrike. Woher weiss er das? Hä? Wie kommt der so schnell? Achso. Wie kommt der so schnell? Achso. Ohhhhh. Ja, und 50% der Spieler hören auch nicht auf Steps. Da fragst du dich manchmal. Das sieht cool aus. Schau nochmal da drinnen. Nooo. Shit. Oh man. Die Taktik merke ich mir. Ich finde sie jetzt noch sehr bescheuert, aber irgendwann denke ich, oh das wäre jetzt eine geile Idee. Die Vorstellungskraft ist der Kern jeder in der Ruhe. Sonst, wie hast du sie? Die Arbeit ist ein bisschen spannender geworden oder immer noch so. Läuten. Also die Kugel. Oh super. Oh. Niederlage. Oh. So ein Scheiß. Oh. Was? Und wer steht jetzt noch bei der Swiss? Ah, was? Was, von der Swiss? Zwei Lenin? Was? Oh, sorry. Ja, das hast du irgendwie erzählt, aber dass er immer noch dort ist. Wie lange hat er noch bis zur Pension, ist die andere Frage. Von der Swiss? Äh, was? Hä? Also warte, der Mike ist ja immer noch SR Technics, nicht Swiss. Aber Lehrlinge sind Swiss, wie kommt denn er diese Aufträge? Der Pisser campt unter den Treppen. Das habe ich noch nie gesehen, dass einer dort unten campt. Wie langweilig. Er hat mich überrascht. Kommst du runter? Ach, kein Gegner da, kein Gegner dort. Kommt er ein bisschen unter den Treppen. Hohoi. Ja, ja. Habe ich ihm das ja zum Geburi gratuliert? Hm, hat er schon gehabt. Oh, nein. Ich weiß doch. Das ist so das einzige, wo ich amix noch mache, das SMS schicken. Wie ist der jetzt mit einem Schuss ausgleichen? Das sind so schöne Momente. Auch wenn du anderen zuschauen kannst. Ich glaube nicht. Drei Gegner, äh, ein Gegner, drei Kollegen. Wer kriegt den Kill? Ich möchte nicht mit dem Kugel gehen. Aber guck runter. Verwalt die Seine. Feindliches Geschütz. Hör dich zu. Kuck. Der wir noch hier. Nach einer. Der wir nochリonge. Der wir noch nicht und nicht. Bestätigt. Bien reçu. Verstanden. Kein Kiffin ist nicht realisiert. Schafschätze, bleibst du! Verstanden. Bien reçu. Verstanden. Winston, hier! Wege Tamashii war noch nicht mehr. Feindgeschütz gesichtet. Fahrer, hier! Oh, je. Wir haben den Teleporter gefunden. Hey, hier ist dein Geschütz. Bambusel gegangen. Ohhhh. Ich habe Ihren Teleporter ausfindig gemacht. Das schafft er nicht. Nein. Nie. Ich wäre überrascht gewesen. Du brauchst 6,05 Sekunden, um eine Bombe zu entschärfen. Und er sitzt einfach hin und fährt auch entschärfen. Obwohl er noch mehr als vorige Zeit hatte. Der Gegner musste zwar... Ja, das Rechtstück hätte er laufen müssen. Aber innerhalb von 6,05 Sekunden kommst du halt eine Ewigkeit weit. Geschützt voraus. Vorsicht. Ich habe Ihren Teleporter entdeckt. Lasst uns das Ding zerstören. Ich habe Ihren Teleporter ausfindig gemacht. Sammeln an meiner Position. Geschützt voraus. Oh, WORK. Gegnerisches Geschützt. Gegnerischer Teleporter aufgespürt. Und was machst du in Minecraft? Achso, ich wastle. Und wenn, spielst du in Overwatch? Ist das der mit dem... Nein, der Hansa ist der mit dem Bock. Ich habe ihren Teleporter ausfindig gemacht. Der ist aus Cyber-Dings auf dem Kopf, der Genshi. Ist das der, der immer Healing braucht? No mercy. Wenn du Molen in Gripen siehst, das ist ein Schweizer. Arbeitskollege von mir, aber ich weiss gar nicht, wer noch spielt. Ja, Molen hat er wieder laufen. Mit seinen Friends. Ich weiss gar nicht, was seine Nummer war. Ich glaube, ein 88er war es. Oh nein, es ist nicht auf den Hitler verzogen. Die sind alle underground! Nein! Nein! Oh nein, nicht alle. Wir haben den Zielpunkt dahin. Geht bei mir in Position. Huh! Huh! Wie viel Leben habe ich noch gehabt? Ich staub neben mir. Ach, schade. Nein, der erwartet, dass zwei Gegner sind. Schon viele Overwatch-Fails hatten. Ich hole den Kopf! Keine Sorge! Wie heisst ihr mit dem Death from Above, der so... Scheisse aus dem Himmel landen hat? Ich finde, das ist einfach einer der schönsten Fails, die ich je gesehen habe. Death from Above, die Pharaoh steigt auf. Pupp, ein Balken vor ihrem Selbstmord. In der Ulti. Hintergrund. In der Luft zu Chief. Uhhh! Es wird… ... … Ehhh! 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 Er ist im Camp gewesen. Nein! Er ist im Camp gewesen. Nein! Er ist im Camp gewesen. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Die Schlacht geht weiter! Sie ist ein Maniac, Maniac! Ich habe die Teleporter lokalisiert! Zerstör die! Ich will die reissende Kraft! Ich habe die Teleporter lokalisiert! Zerstör die! Noch ein Schuss. Danach kackt es mich ab. Oh, fuck. Das war ein Schuss. Ich habe die Teleporter lokalisiert! Zerstör die! Nein! Ich habe überhaupt nicht gepeilt, dass die Gegner die Bombe geleitet haben. Ich war einfach dort fröhlich am Killer und warten. Sexy. Da ist die Teleporter! Wir holen ihn hoch! Scharfschütze, seid wachsam! Hey, die haben einen Teleporter! Ja, was? Krass! Das ist eine super Deckung! Das ist eure gerechte Strafe! Hey, ich habe ihren Teleporter gefunden! Hey, ich habe ihren Teleporter gefunden! Ja, Bombe! Das ist mein Teleporter. Der meidete! Von mir. Oh oh, sieben sieben und es geht auf acht! Werden wir das schaffen! Oh! 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 Der Lager. Highlight des Spiels. Vor mir ist, dass ich niemand verstecke. Eine ist der 2. Das sind gerade Lügstorben. ? Shit, okay. Hey, der letzte Verwitschisch, komm schon, dein mir. Links, du hast doch gesehen, wo ich gestorben bin. Der Verwitschisch. Für mich. Das hast du jetzt aber gehört. Schau doch nicht in die andere Richtung, wenn du es hörst. Oh, jemand links von mir nimmt Bomben auf und es ist noch ein Gegner. Nein, dann kann es nicht sein. Was machst du morgen so? Gerechtigkeit, vollstreckt sich nicht von allein. Okay. Eigene, die nicht älteren. Man lernt nie aus. Und zwar habe ich eh nicht gemeint, ob Freundin eine eigene Wohnung hat oder bei der älteren Wohnung. Okay. Ah, okay. Genau, was der Arzt verschrieben hat. Was hat sie so für Hobbys? Oh, okay. Oh, okay. Oh, gut. Ich kenne eben da so Pferde. Ah! Nein, 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 nein! Die sind gut im Schmeissen. So, Leute, die eine Freundin haben, die so Pferde-Fans sind. Die gehen gehen und so. Das sind lecker. Ja, rühre jetzt bitte noch einen Smoke vor mir in die Schnurren, damit ich den Gegner garantiert nicht mehr sehe. Oh, alle, oh, 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 oh. No good, no good, Nick. Nicht dort stehen, nicht dort stehen, nicht dort stehen. Ja! Verrate meine Position! Ich gehe nach vorne, los! Du gehst nach vorne. Und dann... Ich gehe nach vorne. Ich gehe nach vorne. Ja, ich gehe nach vorne. Das ist jetzt der Recht. Nein. Ich zocke noch mit ihr und so. Oh, wir sind gute Kollegen. Ah, sagen wir es ist kompliziert. Ja. Und du hast dich irgendwie so kennengelernt. Willkommen im Realtor. Aber ich habe vor zwei Wochen auch wieder den Scheissdreck angemeldet. Aber es ist ja voll Krebs, all das Zeugs. Die wollen alle Geld machen, das merkst du schnell. Ist was zu alt oder ist es auch nicht gegangen? Ja, das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Hat sie zuerst geschrieben? Das ist untypisch. Du musst nicht überall einen Aufsatz schreiben. Ja, weisst du, dass die Frau einfach wartet, bis du schreibst. Ich habe schon von vorne gelesen. Ey, wenn du mit dem Heu kommst, kannst du gleich wieder abfahren. Ja, so bewerte ich auch die Bilder, wenn ich so durchgehe und durch die Bilder so... Ja. Nach dieser bin ich pleite, nach dieser bin ich pleite, nach dieser bin ich pleite. Oh, die sieht cool aus. Mal den Text zu lesen. Nein, nach dieser bin ich pleite. Oh shit. Ich war ein rücksichtsloser Hau. Ohoho, ey. Ich komme jetzt dermal so auf den Sack. Das wäre lustig. Das wäre lustig. Boah, die lief voll ja fortgeschossen. Und du bist trotzdem auf dem Himmler gewesen. Okay. Aha, keine längerfrist. Wunde eins. Nehmen sie den Ziel ein. Okay. Der Sasa ist eigentlich noch Kontakt. Als ich dir das letzte Mal geschrieben habe. Ich musste dich einfach denken, weil ich habe Saskia eine Doppelgängerin gefunden. Und hier im Osten, die sieht wirklich aus wie Sasa. Sie klingt... Also, die Stimme ist anders. Aber sie redet genauso leise. Es ist so ein feines Reden, aber die Stimme ist anders. Sie hat auch eine Brille und so. Sie sieht gleich aus. Ah, und sie ist so eine Deutsche. Sie spricht so ein Hochdeutsch. Möge mein Schicksal diesmal ein Alters sein. Wirklich? Krass. Sasa hat den Abgang gemacht. Und dann auch noch Brille. Ah, okay, ja gut. Das könnte mich vermutlich sein. Hast du mich vermisst? Oh mein Gott, warum warnt mich der Kollege nicht? Ich renne hinterher. Oh, ein Kollege. Da muss ich in Sicherheit sein. Und in der nächsten Ecke drei Gegner. Scheit. Ah, ja. Ja, wir reden. Die Standardsprüche lässt sich nicht als Verkäuferin. Ja, wir reden. Die Standardsprüche lässt sich nicht als Verkäuferin. Ich habe doch Pre-Fire gemacht, das ist kein Schuss, was mit einer Waffe kommt. Und hier sind noch. Hm, kannst du deinen jetzigen Freundin ja das Zocken herbringen. Ich werde nicht banken. Im September. Das einzige was mir da einfällt ist, dass das nächste Assassin's Creed ankommt. Wieso im September? Achso. Geil. Geil. So gut. Auf den Waswi? Auf den Heizigang. Ah, ok. Ah, dort ist der Gegner gewesen... Oh. Ich habe noch keinen einzigen Kill gemacht. Ich stehe 0-4. Aber das habe ich auch schon am Anfang gewusst. Ich habe nicht gesagt, ich komme auf den Sack an. Drei Leute von der 4justice. 4justice ist so eine von den Pro... Klappt und du ruckst! Ich sehe die Granaten vor meiner Frassi! Shit! Patz! Ich kann nicht jeden Spot im Spiel. Es gibt ein paar Taktiken, ich habe... Einiges Mal habe ich den Komplett-Squad von der 4justice rausgenommen. Ich habe da keine Lerner-Runde. Und der letzte war so eine Tür, die mich auseinandergenommen hat. Also es ist möglich sie zu besiegen. Aber brutal, Krebs. Und was hast du so... Das Lachen im Overwatch? Ja... Der reaper... Der reaper... Der reaper... Der reaper geht nicht los... ...an den soldier... Der reaper geht nicht los... Der Stahle-Ding, der einfach rumgelöst... 4... 3... 2... 1... ...und dann 2... Pfff... Da habe ich auch einen lustigen Meme gesehen. Using an Aim-Bot in-game with Soldier... ...and his Aim-Bot. Hehehe. Yay! Man, eine Runde gekocht! 1 zu 4... noch zwei runden bis zum seitenwechsel oh je wie sie mit ihren granaten alle punkte abklappern diese schance werde ich nicht verstreichen lassen Ich wusste gar nicht, dass man so viele Punkte erreichen konnte, wie der Gegner hier gerade erreicht hat. Ich stehe 0 zu 6. Okay, einen Kill mache ich jetzt noch. Ich nehme das. Mit einem Kill habe ich zwar nicht mich selber gemeint, aber ich habe es für mich. Das ist toll. 2 gegen 1. Und ich weiss, dass meine beiden Kollegen nicht werden können. Vor allem nicht, wenn sie so rumspassten, wie der hier geht. Ohhhh, er hat ihn sogar verwitscht. Was ist das alles, was wir auch machen? Entre dir. Redando das. Ähm... Der Fehler war ja nicht der Trailer, der Fehler war, dass einer von EA wieder mal wie jedes Jahr hingestanden ist und gesagt hat, wir möchten so originalgetreu wie möglich machen, für all die Kriegsfans. Und dann bringen sie in eine der ersten Szenen eine gottverdammte Frau mit Armprothesen. Im zweiten Weltkrieg an der Front als Infanterist. Kannst du denken, das hätte es gegeben. Naa, sie hätten einfach noch sagen können, es ist wieder mal ein Shooter. Ich habe einen Kill. Ich habe einen Kill. Ja. Oh mein Gott. So ein geiles Ich. Nein. Ja, jetzt habe ich auch die geile Seite. Man merkt schon einen großen Unterschied zwischen Angriffen und Verteidigen. Das sind Welten. Ich habe einen Kill mit der Granate, wo ich einfach mal random an so einen üblichen Spot geschmissen habe. Ich habe eine sehr gute Frage überwacht. Ich habe eine sehr gute Frage überwacht. Ich habe die Grenzen. Du hast eine richtige Frage überwacht. Ich habe eine sehr gute Frage überwacht. Die Grenzen von der Zutaten. Und dann ging es zuerst. Ich habe eine sehr viele Fragen überwacht. Renske wird gut, ja. Die Granate und ich hatte keinen Animax-A. Ich bin selber blöd, aber wenn ich das jetzt Kollegen sagen könnte, die ich jetzt gerade gesehen habe, dann würden wir gewinnen. Alle Gegner einfach auf dem gleichen Meter stehen. Eine Granate und die wären die Futsch. Warframe spiele ich leider auch nicht mehr so. Es hat zwar schon Farms zu machen, aber es hat keine Story mehr. Ich muss auf Content warten. Es hat zwei neue Frames, die ich noch nicht habe und Waffen, die ich noch nicht aufgelevelt habe. Ah. Ah! Diesmal ein Adress sein. Nicht oben durch. Brav. Ich war genauso verwirrt wie die Kollegen. Es regnet einfach ein Päckchen Munition vom Himmel. Und ich... Woher ist jetzt das gekommen? Und dann plötzlich kommt der Gegner und ich... Paz, Herr Schatz! Was? Imisch! Makel los! Was soll ich sagen? Bald mache ich... Bald mache ich eine LAN-Party, dann kommt er wieder. Hoffe ich. Aber... Er spielt einfach anders, ja. Mit der aus Deutschland. Sie spielt halt weiter Warframe und hilft Noobs. Und... Ich bin jetzt von Brexcode gefangen. APB habe ich wieder ein wenig angefangen mit dem Extreme, aber... Naja... Ich habe meinen Account nicht mehr. Das ist noch der Teil, der mich anscheisst. Ich hatte einen Steam-Login und irgendwie funktioniert der nicht. Die Zeit ist fast abgelaufen! Support-Schrauber. Irgendwie melden sie sich jetzt nicht mehr so, wie ich das gedacht habe. Ja, Battlefield 2142 funktioniert zwar, aber es hat mich auch nicht mehr so reingezogen. Das ist so. Es sind nur noch die, die es wirklich können. Die, die es wirklich wollen. Die, die nichts anderes machen, als das Spiel zu atmen. Ich hoffe, 2143 kommt bald raus. Das wäre noch cool. Oder 2243. Was war das? Ja, zuerst hat es Battlefield 5 und cool. Und Bethesda hat mich wieder mal enttäuscht. Ich habe gedacht, es wäre doch so geil und so schön. Klar, ich habe es nicht erwartet. Meine Kollegen auch nicht. Wir haben alle gesagt, es wird nicht der Fall sein, dass ein neues Elder Scrolls kommt. Aber dass sie jetzt vor der E3 noch schnell einen Teaser gebracht haben zum neuen Fallout. Entweder ist es eine verdammte Verarschung der Troll des Jahrhunderts gewesen. Und sie sagen, es ist ein neues Fallout. Dabei ist es gar nicht das Fallout. Zelda Scrolls. Das ist das, wo alle darauf warten von Bethesda. Scary Multiplayer. Ohne Höhle. Spürst du Fallout überhaupt? Du weisst schon, was Fallout ist, oder? Scary mit Waffen. Oh, der schlechteste Quickscoper ever. Ich heisse von beiden. Ich habe nur dem zugelägt, dem teammate. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wir sind ja mit dem Wasser rumgestockert. Ihihi. Spürst du? Ich glaube nicht das. Ja? wha. Oh, geil. Ja, aber das End ist nicht befriedigend gewesen. Das End von Fieri hätte ich zu schön gewesen. Von der Staffel 4 war es gut. Dort, wo sie auf Bahamas verpisset. Was war dort nochmal am Ende? Ja, aber was haben sie dort gemacht? Ich dachte, ein anderer wäre schlimm. Oh, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, blöd. Wieso hatte ich ein anderes Ende im Kopf? Und der Dings hat es gewusst. Ja, ob die Caffrey jemals wieder eine Freundin haben wird. Ja. Mit denen, die in die Luft gejagt worden sind. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Weiss man, ob sie ihn betrogen hat? Und nur das Geld wollte. Irgendwie war das so uneindeutig. Weisst du was ich meine, oder? Was er... Er hat es keinem versteckt von... Das ist doch nicht das Ende. Was im Guthaben nur zwei eine Leute gesagt. Und zwar ein Mosi. Möge mein Schicksal diesmal ein anderes sein. Und seine Freundin. Und er hat beide noch nicht das richtige versteckt gesagt. Und anscheinend... Weil der Mosi ja nicht da war. Für den versteckten, dass wohl die Freundin ihn hingegangen hat. Der Kampf ist doch nicht vorbei. Der Kampf ist doch nicht vorbei. Diese Chance werde ich nicht verbreiten. Denken diesen Schildgenerator, sonst raucht's. Feindlichen Schildgenerator, ausgemacht. Ich habe doch Pre-Fire gegeben. Ich habe doch... Oh, zweiter Gegner. Ah, deshalb. Okay. Mir stirbt keiner weg. Ja. Ja, 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 ja. Feindlichen Schildgenerator, ausgemacht. Findet diesen Schildgenerator, sonst raucht's. Ah ja, geht doch. Jetzt läuft es schiesi. Hm. 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 Achtung, Kürbelfeuer. Ziel, ausgemacht. Er kann sich noch nicht vorbei. Findet diesen Schildgenerator, sonst raucht's. Feindliches Schildgenerator, ausgemacht. Hm. Kann ich vielleicht das Wochenende schon? Hehehe. Letzten 3 Tag Kürst gehabt. Also, ein Kurs. Mhm. Zum Qualität auf besser von eurem Team. Zum Qualität auf besser von eurem Team. Hehehe. Ja, voll. Irgendwie habe ich einfach gerade Lust. Ich habe ihren Schildgenerator entdeckt. Ich habe ihren Schildgenerator entdeckt. Ein Schildgenerator, sonst raucht's. Es ist interessant, ich habe Discord zweimal auf. Oh mein Gott. In welchem bin ich jetzt online und welchem nicht. Auch in dem, wo ich online sind. Das heißt, dass ich das zu mache. Tudum. Hehehe. Hehehe. Oh, ist es jetzt zu? Nein, ist es nicht. Gut, das ist einfach. Tudum. Hehehe. Sie melden sich zurück! Noch 30 Sekunden. Schuf hier hinter euch einzeln! Ab jetzt! Hm. Warte, schau, was haben wir jetzt für Zeit? Sonst zocken wir besser als anderes Mod zusammen, Minecraft. Früh aufstehen. Ja, ich. Dort steht. Ich habe. Schau, P. Ich finde zwei Sachen einfach nötlich. Ich habe alle Apotheken abgesucht. Jasmin-Extrakt. Zum Kochen. Also muss es essbar sein. Nicht Duftmittel. Ich habe schon überlegt, mit Nachfaktor. Ich kippe auf die Mitteln und stirbe dann glücklich. Aber das ist glaube ich nicht so eine gute Idee. Wahrscheinlich ein Herz zu nehmen. Weil ich das so zum Kochen bin. Hehehe. Oh nein, ich höre mich wieder. Ja. Ich bin gerade außerhalb der Reichweite vom Headseck gewesen. Es hat gerade so geblinkt. Hehehe. Naja. Das andere ist das Mehl, das ich suche. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Hä? Das andere ist das Mehl, das ich suche. Mhm. Spezielles Mehl. Tapioca-Mehl. Ja, voll. Hast du schon mal so asiatische, komische Getränke gehabt, die so Gummibärliartige Kügele im Getränk drin gehabt haben? Hehehe. Hast du nicht so gerne Gummibärliwasser? Hehehe.